Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitaler Unterricht mit H5P. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem mathematischen Quiz, dem Arithmetic Quiz hier. Und was rauskommen soll, schauen wir uns erstmal an. Ich habe schon ein kleines Mathe Quiz angelegt, sieht dann so aus, löse die Aufgaben, Start und es geht los. Und dann muss man in schneller Folge diese Fragen hier beantworten und die richtige Zahl auswählen. Also das ist natürlich auch was zum Kopfrechnen üben, aber es gibt auch noch kompliziertere Sachen nach X aufzulösen. Das schauen wir uns dann gleich mal an, wenn wir hier mit dem Erstellen eines solchen Mathe Quiz beginnen. Also wir gehen wieder auf Tryouts zu der Content Selection und ich gehe mal hier rein. Jetzt mal Mathe-Aufgaben. Hier kann man einen Erklärtext, einen Intro-Text machen, wenn man es für notwendig hält. Und dann kann man den Quiz-Typ auswählen. Es gibt hier verschiedene, also wir schauen uns erstmal hier die Operations an. Da haben wir Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, wie wir es kennen in der Mathematik. Und es gibt hier die linearen Gleichungen. Und hier hat man Basics, dann Mittelschwere und Fortgeschrittene. Und wir können jetzt ja das mal hier auswählen, dass man das dann auch sieht. Und ich kann hier auch noch auswählen, ob ich Brüche in den Gleichungen zulassen möchte. Können wir jetzt auch mal machen. Und hier lege ich die maximale Anzahl an Aufgaben fest. Ich mache jetzt mal 5, dass es übersichtlich bleibt. Aber hier kann man natürlich auch viel mehr machen. Und ihr könnt die Sprache wieder auf Deutsch setzen. Also das Frontend wird hier dann wieder in Deutsch angegeben. Ich schalte meine Display-Buttons mal wieder aus. Und das war es dann schon. Also hier muss man nicht mehr machen. Man geht dann auf Save. Und wir schauen uns mal an hier. Da wäre jetzt eben diese Erklärung, der Erklärtext. Und dann Start. Der Countdown läuft. Und man sieht, jetzt geht die Geschichte hier los. 3Z plus 1 ist gleich 2Z plus 5,5. Und dann muss nach Z aufgelöst werden. Und das richtige Ergebnis muss dann hier angeklickt werden. Hier oben werden die Punkte gezählt. Und hier läuft die Zeit mit. Ich ändere das hier nochmal. Und wir können dann hier belieben diese mathematischen Rätsel gestalten. Und ich denke, das ist eine schöne Art der Übung für die Schüler auch, indem man hier ja eben auch Kopf rechnen, aber eben auch dann bei den linealen Gleichungen durchaus mal Papier und Bleistift in die Hand nehmen muss und das ausrechnen. Ja, das war es schon. Also mathematische Rätsel zu erstellen, Matheaufgaben, Mathequiz zu erstellen mit H5P geht auch ganz einfach. Ich hoffe, euch Ihnen hat es gefallen. Und wenn ja, dann freue ich mich sowohl über einen Daumen hoch als auch über ein Abo. Und dann freue ich mich jetzt auf den Abo.